Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier am Bodensee. Es scheint die Sonne und das mit gutem Grund. Wir sind bei der Sonnenkönigin zu Gast. Kommen Sie mit. Willkommen an Bord der Sonnenkönigin. Eintreten, staunen, geniessen. Nehmen Sie Platz in einer der aussergewöhnlichsten Event-Locations im Bodenseeraum, dem exklusiven Event- und Charterschiff MS Sonnenkönigin. Der schönste Rahmen für Ihre Veranstaltung, die grossartigste Kulisse im Herzen Dreierländer. Bereiten Sie sich einen unvergesslichen Abend und entdecken Sie den Charme der Königin, dem niemand widerstehen kann. Bei mir ist jetzt Lukas Mauberger, Betreiber von der Sonnenkönigin. Hallo Lukas. Hallo, grüß Gott. Lukas, ganz wenige Worte zur heutigen Veranstaltung hier. Wir feiern heute das sechste Bodensee-Boogie-Festival auf dem Bodensee und erstmalig bei schönem Wetter. Herrlich, aber diese Art Veranstaltung ist nicht unbedingt der Standort. Stimmt, grundsätzlich handelt es sich bei der Sonnenkönigin um ein Charterschiff. Wir fahren auch keinen Kursverkehr von A nach B. Und diese Art von Veranstaltungen machen wir sechs bis sieben Mal im Jahr, um einfach der Öffentlichkeit auch die Möglichkeit zu bieten, in den Genuss der Sonnenkönigin zu kommen. Und wenn das Schiff für eine Fahrt bereit im Hafen steht und du gehst an Bord, was freut dich da besonders? Dass jede Veranstaltung anders ist. Egal, jede Wolke, jeder Sonnenstrahl, jede Welle, das Schiff wird immer in ein anderes Licht gerückt und somit ändert sich auch jegliche Art der Veranstaltung. Dann zeige ich dir jetzt noch ein paar Bilder, auf die ich dich bitte, spontan zu reagieren. Der Gegensatz zu diesem Schiff, traditionell, alt, früher. Hier haben wir ein modernes, außergewöhnliches Schiff. Sascha hin, kennt ihn jeder. Das ist die neue Generation des Traumschiffs. Lukas Marberger, Sie haben die Ehre mit mir hier zu sitzen. Lukas, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke vielmals auch. Und hier auf der Sonnenkönigin geht der Abend langsam zu Ende und die Nacht beginnt. Und wenn Sie das nächste Mal dabei sein möchten, dann nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Schreiben Sie uns eine E-Mail und gewinnen Sie zwei Tickets für die Weihnachtsfahrt 2016. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017